Eine Zuschauerzuschrift an der Stelle, ähm... Seid nett im Chat. Ja, 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 seid eh nett. Aber seid auch ehrlich. Ähm, ah ja, okay, sogar homoerotisch anscheinend. Ähm, hallo Clowny, ich schreibe dir, weil ich glaube, dass du immer noch gelegentlich Zuschauerfragen annimmst. Und ich dich, so wie Schlomo, oder wer immer gerade bei dir zu Gast ist, um Rat fragen will. Die Sache ist wie folgt. Ich, männlich18, hatte vor in etwa sechs Monaten eine Trennung mit meinem Freund. Das an sich erstmal nichts Besonderes, wie du ja selber mal meintest. Jugendliebe ist leicht vergänglich. Allerdings habe ich vor einer Weile jemanden kennengelernt. Nennen wir ihn aus Sicherheitsgründen mal Michael. Ich habe Michael vor ungefähr einem Jahr im Stream meines Bruders. Wir sind beide keine Streamer im Chat kennengelernt. Damals war er nur ein Standardkontakt. Und es wäre mir auch so nie in den Sinn gekommen, mich anderen Männern zu sehr zu nähern, während ich in einer Beziehung bin. Die Sache ist die, dass ich und Michael uns über die Zeit immer besser kennengelernt und verstanden haben. Er hat auch irgendwann angefangen zu streamen. Und dort war ich eigentlich immer oft als Einziger. Hier und da mit zwei oder anderen Zuschauern. Das war nach meiner Trennung, die hiermit übrigens nichts zu tun hat. Und das war, weil er mit Arbeiten beschäftigt war. Und dann meinte, das funktioniert einfach nicht zwischen uns. Wir haben auch immer mehr privat geschrieben und Voice Calls gehalten. Hier habe ich erfahren, dass er bi ist. Bis jetzt aber nur mit einem Jungen zusammen war. Ja, also, also, ich, also, gut, gut, sei es drum. Also, das weißt du ja nicht, bevor du, er kann es sich vielleicht vorstellen. Okay. Er hat mir dann noch irgendwann ein Bild von sich geschickt und er hat eins von mir bekommen, so wie mir immer mehr Privates. Zum Beispiel über Familie, den Namen. Er hat zudem im Stream erwähnt, dass er wieder nach einem Freund sucht. Mittlerweile schreiben wir fast täglich. Und ich merke mehr und mehr, dass ich Gefühle für ihn entwickle. Meine Frage ist jetzt, ist es verantwortlich, darauf einzugehen, wenn ich Michael doch eigentlich nur online kenne? Danke dir im Voraus. Also, zunächst einmal. Man kann sich ja auch einfach dann im echten Leben auch mal treffen und sich kennenlernen. Warte mal kurz, warte mal kurz. Okay. Ich habe was mit dem Bi falsch verstanden, oder was? Ich habe erfahren, dass er Bi ist, aber bis jetzt nur mit einem Jungen zusammen war. Ja, gut. Also, ich glaube, Bisexualität, wenn du nur einen Partner hattest und der war dann halt direkt ein Mann, dann bist du höchstwahrscheinlich homosexuell. Aber spielt ja jetzt auch erstmal keine Rolle. Wir sind jetzt hier bei der Frage, wir sind bei der Frage Online-Bekanntschaft. Ist das in irgendeiner Art und Weise bedenklich? Das Ding ist halt, ihr habt doch schon privat euch Bilder geschickt und so. Ihr trefft euch halt an einem Ort, wo viele Leute sind. Muss ja nicht direkt in eurer Stadt sein. Ihr könnt ja irgendwie was ausmachen. Ja, ich würde, das Ding ist halt, du weißt ja nie, ne? Richtig, richtig. Du weißt ja nie, wir sind im Internet. Trollt der dich? Du weißt es nicht. Also, ich würde absprechen. Also, es muss ja, damit ihr euch mal persönlich kennenlernen könnt. Das ist ja egal, jetzt ob homo oder hetero, Alter. Da müsst ihr euch halt mal persönlich treffen. Das muss ja real werden, wenn das was werden soll. Aber dann muss es neutraler Boden sein und ich schlage vor, jeder bringt einen Freund mit. Ja, das geht. Also, weil es kann ja auch sein, dass du da, da muss halt viel Vertrauen vorherrschen, ja? Weil das ist potenziell, ist es, ja, am Ende steht da der Van und du sitzt dann da drin, ob du willst oder nicht, ne? Das wäre nicht schön. Also, ich wäre da wahrscheinlich auch skeptisch erst mal. Ähm, warte, nochmal der letzte Satz. Hat er, der andere gesagt, man soll sich treffen? Warte mal. Ich glaube, es hat noch keiner irgendwie solche Andeutungen gemacht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Es geht nur irgendwie darum, dass es, dass man halt irgendwie, man, naja, wie sich das entwickeln soll. Ja, also, ich meine, äh, also, mit dieser Aussage im Stream ist gemeint, ähm, ja, mit dieser Aussage im Stream ist gemeint, äh, also wahrscheinlich bist du auch gemeint, ne? Das sollte klar sein. Ähm, das ist so ein bisschen ein Wink, ja? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich würde erst mal, ach, der Fragensteller ist ein Troll? Meint ihr? Äh, der Shed, Alter. Ey, ihr seid ja, ihr seid ja fies. Auch Homosexuelle schauen hier zu, ja? Also, ähm, selbst wenn nicht, ja gut, dann gehen wir halt auf einen Troll ein. Ist ja auch lustig, oder? Also, dann, äh, wir können ja trotzdem guten Ratschlag geben, jetzt auch für Leute, die wirklich in einer Situation sind, wo sie, gerade in der heutigen Zeit, ne? Wo findest du noch Konservative, wenn nicht irgendwie, weiß ich nicht, über Discord oder so? Mhm. Wenn du jetzt über einen Server jemanden kennenlernst, dann muss ja auch, das muss ja irgendwann real werden. Clowny, ich muss aber auch wirklich sagen, ihr müsst euch irgendwann treffen, denn, auch gerne mit Freunden oder sowas, ne, dass man erst mal so in einer Gruppe ist oder sowas, aber es kann auch wirklich sowas sein, das ist dann so das typische, ähm, Tinder-Treffen nenne ich's mal, du triffst dich mit der jeweiligen Person, ihr habt geschrieben, alles super, aber dann, sobald ihr euch getroffen habt, ist so der Reiz weg. Und dann, ja, äh, ich hatte eigentlich, und, weißt du, dann kommt nichts weiter zustande. Und, ähm, das kannst du halt nur erfahren über ein Treffen, ob danach dann noch weiter Interesse besteht oder ob man dann gemerkt hat, wow, das, das, äh, Schreiben und meine Vorstellung von dir geht dann doch nochmal wirklich auseinander von dem, wie ich, äh, dich, äh, jetzt in echt kennengelernt hab und dann ist es so vorbei, aber ich finde dieses ganze im Vorfeld zu viel Schreiben ist halt irgendwie auch Müll. Also, es ist insofern Müll, als dass du dir da Hoffnung machst und, äh, dann trifft man sich und da ist die große Enttäuschung da, also ich würde mich möglichst schnell treffen, wenn ich da wirklich was möchte, weil dann wird es real. Da bin ich auch ein Fan von, weil sonst ist es halt, oh, man schreibt so miteinander und dann erst mal, dann haben wir hier das gute alte vier Schnäbel, vier Ohren Modell von, von Schulz von Thun und zwar wird das, was du schreibst, du sendest es vielleicht mit einer ganz anderen Emotion, als es, äh, da empfangen wird, weil es ist halt nur ein Text, ne, und dann bauen sich ganz andere Vorstellungen auf, deswegen plädiere ich da immer für ein, ein Treffen. Ja, ja, genau, an einem Ort treffen, wo viele Menschen sind, weiß ich nicht, Casino oder so, einigt euch auf, ich würde vorher wahrscheinlich nicht nur ein Voice-Call machen und Bilder schicken, sondern ein Video-Call, weil die kann man sehr schlecht faken, ja, nicht, dass da der 60-jährige Jürgen sitzt, ja, und dann mit seinen Jungs dort steht, ähm, und, äh, dann, ja, ein Treffen ist mehr als tausend Nachrichten, da steht es auch im Chat und, äh, also Video-Call, wenn das dann merkwürdig wird, dann weißt du, was los ist, ja, wenn er, wenn man sich da vorziemt, äh, und wenn nicht, dann, äh, dementsprechend, ja, dementsprechend dann an einem neutralen Ort treffen, eventuell einen Freund, eine Freundin mitnehmen, zur Sicherheit, und, äh, ja, vor dem Treffen Video-Call, ja, ja, natürlich, nee, erst danach, wenn du im Van sitzt, genau, ähm, und, äh, ja, sonst, äh, ja, muss halt real werden und mehr kann ich dazu gar nicht sagen, ne, also Nummer sicher ist natürlich, klar, man gibt halt ein bisschen, man muss Vertrauen reingeben, damit sowas auch geht, ne? Das muss, das muss, generell, wenn du Leute im Internet kennenlernst, dann musst du halt irgendwann auch sagen, okay, ich vertraue jetzt einfach so weit, dass das hier funktioniert, ähm, ja, weil nur skeptisch durchs Leben gehen, das führt halt auch zu nichts, aber eine gewisse Skepsis, eine gesunde Skepsis ist auf jeden Fall, äh, gerechtfertigt. Hier wird der Sauna-Club empfohlen, da gibt es keine versteckten Waffen. Auch gut, auch gut, ja. Der Savage-Chat, Alter. Ja, aber, ähm, ja, genau, äh, neutraler Ort, Freund, Freundin mitnehmen, zur Sicherheit, eine Veranstaltung, wo viele Menschen sind, äh, und ich glaube, das ist dann, äh, relativ safe. Aber erst mal schauen, ob ein Videocall in Ordnung ist, ne? Nicht, dass, äh, jemand ganz anderes mit dir schreibt in Wirklichkeit, wer weiß. Aber gut, wahrscheinlich nicht. Du hast ja die Person schon im Stream gesehen und das wird die dann auch wahrscheinlich sein, ähm, muss man sich halt trauen, ne? Genau. Boah, Clowny. Ja? Wann haben wir das letzte Mal so seriös einen, äh, Reddit abgehandelt? Wann haben wir das letzte Mal so seriös einen, äh, Reddit abgehandelt?